ARD Text im Auftrag von Funk Und das für immer Denken Sie manchmal ans Sterben? Es sind Dinge passiert, die zusammenhängen könnten Kalte Dusche Ich falle vom Dach Und meine Ferse sind auf dem Boden Plattfuß! Was soll ich denn jetzt tun? Du musst raus in die echte Welt Du kannst zurück in dein normales Leben oder du erfährst die Wahrheit über das Universum Die Wahl liegt ganz bei dir Ich will das Erste, den Hai hier Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal Ich komme mit dir Okay Wow, das ist die echte Welt Was ist hier los? Wieso starren mich die Männer so an? Ja, mich starren sie auch an Wow, in der echten Welt? Das ist unmöglich Wenn das aufliegt, könnte das sehr seltsame Folgen für unsere Welt haben Das wäre katastrophal! Wir spielen nicht mehr mit Barbies, seit wir fünf sind oder so Niemand ruht sich aus, wie es diese Puppe Wieder in Karton ist Menschen haben nur ein Ende Schnapp sie, Barbie! Ideen leben ewig Nein, ich lasse sie nicht nur eine Blinddarm-Operation machen Ich bin ein Mann Aber kein Arzt Kann ich einen Arzt sprechen? Sie sprechen mit einer Ärztin Ich brauche einen Klick-Lack-Stift Nein Und ein scharfes Dings Nein Da ist er ja, Doktor Ruf den Sicherheitsdienst Is Barbie doofed if you still in doubt?